Liebe Freundinnen und Freunde des Uranium Film Festivals, ich bin gebeten worden, noch ein kleines Gruß vorzuhalten. Und erst mal bin ich unglaublich froh, wieder in einem Kinosaal zu sein. Ich habe es tatsächlich nach der Pandemie jetzt erst das erste Mal geschafft und ich finde es total toll, dass ihr dieses Festival in dieser Zeit durchzieht. Weil es geht bei der Covid- und Corona-Krise natürlich darum, dass wir diese Krise überwinden, aber es geht auch darum, dass wir unsere Kulturlandschaft erhalten und die Kinos gehören genauso wie die Clubkultur dazu. Und es ist wichtig, dass wir die nicht verlieren und das ist wunderbar. Deswegen bedanke ich mich auch bei den zahlreichen, wir sind ja fast ausgebucht, wenn man den Saal sozusagen von den Plätzen sieht, bei Ihnen, bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, dass Sie hier sind und dass Sie dem Filmfestival die Treue gehalten haben. Das ist unglaublich wichtig, denn wenn wir keine Kinos mehr haben, dann stirbt auch ein Teil unserer Kinokultur, unserer Filmkultur, dann stirbt ein Teil der Vielfalt in unserem Lande. Deswegen ist das so wichtig, dass wir die Pandemie bekämpfen, aber auch unsere Kultur erhalten. Und wir haben vom Bund aus versucht, das mit unglaublich vielen Fördermitteln hinzubekommen. Dankeschön, dass Sie hier sind. Wir sind ja in einer Zeit, um von der Covid-Krise zu kommen, wo wir verschiedene Krisen haben, die wir überwinden müssen. Ich habe jetzt in einer Rede im Deutschen Bundestag vor ein paar Wochen die Scheibung gehabt und habe das mit den vier apokalyptischen Reitern beschrieben, die wir bekämpfen müssen. Und im Augenblick ist das so, dass der Klimawandel, die Klimakrise in aller Munde ist. Das ist tatsächlich eine reale Gefahr, die muss man ernst nehmen. Ganz genauso wie das Atemsterben. Aber es geht natürlich auch darum, nicht zu vergessen, welche Gefahren von der Nutzung der Atomspaltung ausgehen. Und da ist es natürlich auf der einen Seite die Frage der Atomrüstung, wo man große Sorgen haben muss, was im Augenblick in der Welt passiert, dass es auf einmal wieder möglich ist, dass man darüber nachdenkt, taktische Atomwachen einzusetzen, dass es ein großes sozusagen Problem gibt, was die Auflösung von Rüstungsverträgen angeht. Und man hat wirklich das Gefühl, die Büchse der Pandora und ein apokalyptischer Reiter ist wieder freigesetzt worden. Und ich war im letzten Jahr zu Gast, den Hiroshima und Nagasaki, bei den alternativen Feiern, Gedenkfeiern zu den beiden verheerenden Atomwaffenabwürfen der Amerikaner und durfte dort also auch als Gastredner auftreten. Und wenn man das erlebt, und vor allem, wenn man die Museen sieht und zum Teil noch mit Zeitzeugen darüber redet, dann weiß man, wie gefährlich das ist. Und es ist wichtig, dass dieses Festival auch daran erinnert und dass es sagt, es kann eigentlich sozusagen, es muss sozusagen so sein, dass wir diesen Irrweg beenden. Und dass es einen absoluten Bann aller Atomwaffen geben muss in der Welt. Alles andere ist inhuman, geht gegen unsere Kultur. Und es ist wichtig, dass dieses Festival das auch deutlich macht. Der nächste Punkt ist wichtig. Es wird so getan, als könnten wir quasi den Beelzebuch austreiben mit dem Teufel. Also die Atomkraft wieder, der letzte Punkt, liebe Freundinnen und Freunde. Auch da ist es wichtig, dass das Festival darauf aufmerksam macht, dass das eben keine saubere Technologie ist. Und ich war total besorgt, als man auf einmal gesagt hat, das ist wieder eine Alternative. Das ist erstens viel zu gefährlich. Ich kann nur, also ich war schon mehrfach, weil ich in der deutsch-japanischen Freundschaftsgruppe aktiv bin, also auch in Japan und habe mir in Fukushima das angeschaut, welche Folgen das hat. Wir wissen, dass in anderen Ländern, und es ist wichtig, dass dieses Festival auch zeigt, das ist gefährlich, dass es eine Vernetzung mit den Kulturschaffenden, mit den Filmschaffenden gibt, dass wir das weit erzählen. Und dass wir aber auch sagen, es gibt eine Alternative. Wir werden also in weniger als zwei Jahrzehnten es erleben, dass Photovoltaik unter einen Eurocent kostet, auch in Deutschland. Und das ist billiger, das ist besser, das ist eine gute Alternative, und das müssen wir jetzt angehen. Und dann kommen wir wieder zu der Frage von Krieg und Frieden. Photovoltaik, Wind ist überall da. Dann muss man nicht mehr einen Krieg ums Höl führen. Dann hat man die Möglichkeit, Wertschöpfung und Wohlstand zu generieren, überall auf der Welt. Und das ist etwas, da müssen wir dran appellieren, und damit wir als Kulturmensch, damit wir das weitergeben, als vernunftbegabte Wesen, ist es wichtig, dass wir diese Geschichte erzählen. Und dafür sind solche Festivals wichtig. Deswegen freue ich mich, hier schier mehr zu sein und wünsche dem Festival viel Erfolg. Und dass wir also das noch weitermachen. Und vielleicht brauchen wir es in 30 Jahren nicht mehr, dann ist es eine Erinnerung an eine böse Zeit. Aber jetzt brauchen wir es noch ganz entschieden, und ich wünsche sozusagen viel Erfolg. Also alles Gute für dieses Festival jetzt und für die nächsten zehn Jahre. Dankeschön. Applaus